Musik Hallo Dudes und Dudettes, was geht? Wir sind wieder bei Far Cry 4 Und ich hab mir überlegt, wir holen uns jetzt mal von Nur die Festung So wie schon im letzten Mal angesagt Angekündigt, aber vorher hol ich mir noch hier Den Glockenturm, ich bin schon unterwegs dahin Ah, und was wollen die jetzt schon wieder? Was wollen die da? Ne, die sind mir jetzt egal Aber die gehen mir ja sowas von am Arsch vorbei gerade Und die kämpfen da echt mit einem Adler Ich hätte den jetzt umfahren können Und dann hätte ich einen Adler geroadkillt Das wär's doch mal gewesen Ein Adler roadkillen Ey, Moment Bei dem kann ich meine Sachen auffüllen Komm mal her, Bra Ja, schön, neue Sachen freigeschaltet Äh, Munition nachfüllen So, dann rennen wir weiter Dann gehen wir weiter hier Moment, Sniper Muss er die jetzt noch extra nachlassen? Ja, was soll das denn? Oh, hier ist ja alles voll mit Schätzen Und ein Plakat Weg mit dem Schund Ich spiele immer noch mit dem Controller Mit dem richtig schönen Midnight Forces Controller Den ich von meiner Freundin bekommen habe Beste Freundin, wo gibt? Oh, ich hab Hashtag vergessen Hashtag Beste Freundin, wo gibt? Und sonst ist ja schon kein Schatz mehr Doch, hier ist ja noch einer Ich wollte schon sagen Ich wollte jetzt schon sagen Ja, das kann doch nicht sein Und es sollte nicht mehr lange dauern Dann kann ich die Halo 5 Beta zocken Halo 5 Garden So gut So mega gut Oh, freu ich mich darauf Es lädt gerade im Hintergrund runter Oh, ich werde ja so ausrasten Was? Ja, was denn? Was habt ihr denn? Was ist denn los hier? Hä? Erstmal hier das Plakat wegmachen Ich habe gerade keine Ahnung Was mit dem schief ist Echt überhaupt keine Ahnung Ist hier noch eine Truhe? Ja, da ist noch eine Truhe Ey, was haben die denn? Die haben Angst vor einem Adler Was ist das denn hier? Hm Also mich Mich greift da gerade nicht an Ist mir egal Jetzt heult man nicht so rum Wegen dem blöden Vogel Ey, meine Güte Meine Güte Die sind ja alle so bescheuert Das glaubt man gar nicht Äh Wollang? Ah, da Oder? Nö Warte mal Hä? Hätte ich da vielleicht sprinten müssen? Ich glaube, das ergibt Sinn, ne? So ein bisschen Och Och, bin ich Ich bin zu blöd Um da hoch zu springen Ich weiß Kann man schwer glauben Ist aber gerade leider so Ne, da kommen wir noch nicht durch Okay Och, das war ja jetzt so schwer Och, das war ja so schwer Da hoch zu kommen Da ich das geschafft habe Hallo? Mann, Leute Was ist denn los Warum drehen die alle durch? Die sind einfach komplett bescheuert geworden Ey, fuck Kürat, ey Ohne Scheiß Ich habe keine Ahnung Was hier mit den ganzen Kürati los ist Hier lang Ich meine Der AJ Der ist ja auch nicht so ganz dicht, ne? Der kommt auch hierher So, hochklettern Einfach springen Einfach einen Shit-Drop geben Ähm Ja Ja, das ist jetzt Ein bisschen tricky Lass mal gucken Wo sollen wir denn lang? Hä? Warte mal Ach, jetzt bin ich ja wieder runtergesprochen Ja, ich bin genial Das war wahrscheinlich jetzt komplett falsch Wäre ich hier irgendwo? Achso, nee Hier müssen wir jetzt wieder hochklettern So Sind wir hier schon mal wieder oben Was wollen die jetzt von mir? Ich raff das gerade echt nicht Achso Oh Oh Ich bin ja so Ich bin ja so ein Blindweg Ey Wie kann man nur so blind sein? So Dann Hier nochmal schnell hochhopsen Dann können wir hier rüber Denke ich mal So Okay Jetzt sind wir hier dran So Okay Halbe Meter haben wir schon mal drin Komm Kletter, 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 kletter AJ Ich kann den Shit nicht mehr hören Denn die hier verbreitet Das ist auch die letzte Der letzte Schatz Und Bäm Hat er gesehen? gerade einen Scheiß-Krokodil einen Typen zerfleischt. Echt jetzt? Da vorne gibt's den Willis auch noch, aber ich will jetzt hier lang. So. Wuhu! Oh, Aktion beendet. Uplay-Aktion. Sende-Schluss. Geil. Ja, sehr geil. Ich versuche mal da links auf dem Berg zu landen, oder? Ähm, ich kann aber nicht... Ach, kann ich doch noch höher ziehen? Kommt falsch raus. So, jetzt bin ich schon mal hier. Zwei Alarme übrig. Ja, gut. Hier gibt's nur zwei. Das ist hier jetzt gerade... Oh, Funkspruch. Bald kann man die Wahrheit nicht mehr einfach ignorieren. Hehe, ich weiß, ich bin super. Ich bin einfach der Beste, wo es gibt. Aber was mache ich jetzt hier? Ui, das war vielleicht... Äh, Bagadur? Bagadur? Was ist eine Bagadur? Erstmal Atem anhalten. Einer müsste ja jetzt tot sein. Ui, das war knapp. Fast hätte er mich jetzt erwischt. Was labern die von Besoffene, wat? Besoffene wie, wo? Wat hier? Hallo? Da oben ist ein Sniper oben drauf. Äh, das gefällt mir gerade nicht, dass er da oben so rumsnipern will. Ich guck mal hier. Jo, da vorne ist einer. Den habe ich. Ich hoffe, dass er auch, äh, hinüber ist. Oh, keine Ahnung, was da gerade schon wieder los sei. Irgendeine verrückte Junge, äh, Mongo-Junge im Hintergrund. Schreit der da rum wie so ein Geisteskranker? Was ist denn da los? Da sind auf jeden Fall schon mal ein paar Tote. Ähm, ja. Da oben ist wieder der Sniperer. Ich muss ihn auf jeden Fall zuerst erwischen. Wie wäre es, wenn ich da so einen Stein langwerfe? Äh, wie werfe ich nochmal einen Stein? Das war kein Stein. Das war auch kein Stein. Äh, das war auch definitiv kein Stein. Aber das ist nicht hier runter? Nee. 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 Das war ein Stein. Oho. So, komm, jetzt können wir ja schnell hochklettern. Dann bücken wir uns mal. Dann kriegt der hier einen Headshot. So geht das doch. Meine Güte, warum denn so kompliziert? Äh, was ist mit dem da? Ja, ist tot. Ist grad ein bisschen easy, oder? Aber es liegt wahrscheinlich einfach nur an der Sniper mal wieder. Der ist auch hinüber. Aber wie tief geht das denn da rein? Bei allen Göttern. So, den hab ich auch. Oh, den hab ich vielleicht doch nicht. Oh, das ist so ein dicker. Ach du Scheiße. Oh oh, wie viel komm da jetzt bitte? Du zögerst es nur hinaus. Jetzt sollte ich aufpassen. Wenn jetzt hier einer oben ist, dann wäre das nicht so gut. Ach, du bist unbesiegbar. Ist das so? Ich krieg dich gleich noch. Ich hab dir jetzt zwar erstmal nur die Mütze weggeballert. Ja okay, ich treff ihn irgendwie gerade nicht. Äh, wie war das? Nee. Ich frag mich, ob die jetzt hier hochkommen. Das wäre nicht so cool. Ach, kann doch nicht sein. Wieso kann ich nicht weiter runter zielen? Das hört sich gerade die ganze Zeit so an, als wenn die direkt neben mir wären. Boah, sind die gar nicht. Geht der jetzt da hin? Ihr müsst alle die Augen aufmallen. Ups. Oh, vielleicht, ja, das... Oh, das war ja gar nicht mal so schlecht. Du bist so armselig. Du bist so armselig. Ja, nur weil ich C4 durch die Gegend werfe. Soll der halt heulen? Hab ich gerade den... Hab ich den Alarm kaputt gemacht? Die müssten ja jetzt unter mir sein, ne? Die verarschen. Ach, komm, ich zoome in eine andere Position. Was soll das denn? Unter mir ist der nächste Alarm. Ähm. Da wirf ich jetzt auch mal so ein Ding runter. Oh, nee, Moment. Hey, ist da jemand? Kommt die jetzt hier hin? Ach, komm schon. Das ist doch jetzt wieder ein bisschen lame. So, sehe ich da jetzt mal einen? Sind die noch weiter unten? Ich raffe es gerade nicht. Dann hauen wir nochmal hier den Alarm kaputt. So. Alle Alarme deaktiviert. Das war ein Headshot. Noch ein Headshot. Bäm. Oh, wunderschön. Wunderschön. Sniper ist zwar ein bisschen OP. Aber ist mir egal. Bö-dum. Bö-dum. Jetzt haben wir schon die zweite fette, richtig fette Festung. Fähigkeiten haben wir auch wieder. Geil. Ja, ist geil. Ah, nee. Nicht sowas. Badur erobert. Befreite Außenposten in dieser Region werden nicht mehr von Noahs Truppmann gegriffen. Ja. Tja. Man merkt mal wieder. She wants the D. Das ist echt. Nee. Nee. Das muss man einfach so gesagt haben. Das ist einfach so. Ist so. Und ich werde jetzt gucken, ob ich nicht, äh, einfach mal einen Zivilisten abschießen. Nee, lassen wir. Ich werde jetzt gucken, ob die Halo 5 Beta jetzt mal fertig geladen ist. Das ist ja nur so eine kleine Nebenbeifolge. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Komm, ich schieße trotzdem mal auf einen. Ui. Ich habe ihn sogar getroffen. Verdammte Kacke. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine Bewertung. Schreibt einen Kommentar. Und wenn ihr ganz besonders awesome seid, ihr Sahneschnittchen. Dann abonniert doch. Das wär's. Das wär geil. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Oh, Vogel getroffen. Oh, Vogel getroffen.